so ja willkommen zurück und das wird eine richtig geile petten runde ja ich habe meinen petten erst seit wenigen tagen aber ich liebe das ding es gibt panzer mit denen kommt man weniger zurecht und es gibt panzer die liebt man einfach und ich liebe meinen petten was auch jetzt ich verlangsame mal guckt doch mal bitte rechts auf der minimap bis wohin meine sichtweite geht wenn das nicht krank ist dann weiß ich auch nicht gut ich muss dazu sagen ich habe eine sechser crew auf meinem petten eine sechser crew ist halt eine sechser crew was soll ich euch dazu sagen ich gehe richtung siebte fähigkeit glaube ich irgendwie so will nichts falsches sagen ich block auch so ein bisschen hier die mitte damit hier keiner durchflutscht und unsere zwei artis geht jetzt auch auf gleich habe schon diverse panzer hier aufgemacht so jetzt gehe ich auf da ist schon scout bei uns durch fast namix 1390 wenn ihr da hinten mal gucken wollte der gegner hat drei schwere td's und die stehen da hinten und schießen geradeaus auf diese ganzen heavy's und ich muss das irgendwie unterbinden weil ein fv ein jagdpanzer e 100 und ein t 110 e 4 wenn die drauf rotzen dann war es das so deswegen ich muss gucken der am x50 120 vom clan faut her t34 vom gegner ist da auch schwer zu bange den habe ich schon zwei verpasst gehabt das war jetzt sein tod der oho von uns der chillt da in der mitte anstatt dass er mal mit mir pusht zumindestens mir bisschen den rücken frei hält fahr jetzt hier an der innenseite ich muss diese td's da hinten aufmachen oder aufhalten weil auf dauer da ist schon der fv auf dauer werden die unsere ganzen heavy's kaputt schießen da ist der fv hat schon eine von mir bekommen die art fängt auch schon an auf den zu schießen ich bin auf fv noch eine verpasst und den t 110 e 4 aufgemacht dem e 4 jetzt noch eine verpasst prall jetzt ab und jetzt kommt knüppel dicke pass auf fv ist auf mich am zukommen jagdpanzer e 100 kommt auf mich ein autoloader ist da den jagdpanzer mal kurz gekettet ein autoloader fv und sternen zerstören jagdpanzer e 100 ja so ich muss vorwärts alter von hinten kassiere ich vom autoloader und von jagdpanzer den fv hier mal kurz rausgenommen hab schon vom von hinten kassiert gehe jetzt in diese versenkung der jagdpanzer e 100 kassiert da ja die müssten sich mal beeilen was machen die denn da hinten da ist der jagdpanzer der will auf mich zukommen autoloader ist raus der 120er 50 120er so wie viel Kollege alter wie viel abpraller der typen kassiert auch vor der arti muttreffer auch noch man könnte meinen wir haben eine arti dass der e4 noch leben wir haben eine t92 arti die könnte ihn einfach one shotten eigentlich muss ich euch noch dazu schneiden da hat die arti fleißig daneben geschossen ja hier die ganzen tds ne die waren wichtig dass die auf sind und dass die beschossen werden ja oder ne scheiß mal auf die eine szene wir sehen uns bei den stats so gefechtsergebnisse 3620 schaden 4 kills nochmal 3466 gespottet oder assisted 3 panzer entdeckt auch platz eins bei der erfahrung ja was soll ich sagen der petten macht einfach nur bock ich kann es nicht anders sagen petten natürlich brauchst du eine gute crew auf dem ding ne weil ohne ist natürlich sinnlos aber ich habe da eine 6er crew drauf glaube ich irgendwie so und das ding ist einfach bombe habe ich die maus gekillt am ende ja ne maus ja doch maus habe ich gekillt passt geile runde auf jeden fall ja würde mich gigantisch freuen wenn ihr hier abonniert auch meinen kraftsport kanal abonniert ähm ich habe ja mehrere kanäle ähm da geht es um kraftsport wie gesagt links in der beschreibung und ähm ja bewirbt euch wenn ihr zu uns wollt bis dann ciao bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann